Weil es da auch noch irgendwas Spezielles gibt. Und die würde ich mir dann gerne holen. Aber ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll. Weil ich habe ja gesagt, ich würde gerne den ganzen Sand behalten. So, Moment. So. Ich denke mal 21 reichen für diese kleine Ecke hier. So. Gut. Ne, noch lange nicht. Mist. Gut. Ne, das ist zu eng für die Viecher hier. Kann doch nichts spawnen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter nach hier. Mit den Erde. So, Moment. So, hier müsste dann irgendwie auch noch Wasser herkommen. Gut. Das heißt, wieder an die Cobblestone-Maschine. So. Ich denke, ich nehme jetzt noch zwei Minuten. Bis es 15.15 Uhr ist. Also 50-50. Und dann mache ich auch eine Aufnahmepause. Denn ich bin ganz schön müde. Ich hatte heute wieder Metallbau. Und ich denke mal, das sollten dann auch erst mal reichen. Dann habe ich auch erst mal wieder bis zum Wochenende, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, denke ja. So. Auf jeden Fall, wenn ihr schöne Kommentare schreibt, würde ich mich sehr freuen. Und dann kann ich auch Themen ansprechen. Ich bin sofort dabei. So wie ich sie anständig sind, beantworte ich sie auch. Wenn natürlich irgendwelche kommen. Welche Schlüpfergröße hast du? Wie fett bist du? Äh. Wie breit bist du? Wie viel wiegst du? Äh. Was für Schuhgröße hast du? Wie oft wechselst du deine Socken oder so? Da habe ich wirklich... Ey, ohne Witz. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das war vor einem Jahr oder so. Habe ich mal bei irgendeinem YouTuber gelesen. Wie oft wechselst du seine Socken? So, Alter. Und der hat dann auch noch... Ähm. Ich glaube... Einen gefällt mir drauf. Nee. Nee. Gefällt mir drauf bekommen. Warte mal. Na, eins war auf jeden Fall vorne. Kann das 14 sein? Ja, ich glaube 14. Positive Daumen nach oben hat er bekommen. Da denke ich mir... Junge, du hast es geschafft, ey. Du bist wirklich wunderbar. So. Ja, das ist ja wirklich wunderbar, dass man hier Steine farmen soll. Ja, also das ist ja wirklich hier... Richtige... Nee, ich will jetzt nichts dazu sagen. So. Richtige Spacko-Arbeit ist das. Na los. Get da, nette. Ja, können wir einfach gedrückt lassen und farmen. Jetzt können wir... So. So. Wo war denn jetzt hier noch was? Da. Alter. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen was. So, dann kann hier was spawnen, hoffe ich doch mal. Ach. Ich brauche doch wieder ein Sch... Na. Wo ist denn die Box da hinten? Die werde ich mir dann hier schon mal ins Haus reinklatschen. So. Natürlich brauche ich meine Spitzhake wieder. Nicht so weit. Spitzhak. Genau. So. Ich hoffe, hier spawnt auch irgendwann mal was. Wenn nicht, dann bin ich ganz schön traurig. Äh. Sagt man nicht traurig darüber, Vitali. Ey, ich heiße nicht Vitali. Nee, Spaß. Normalerweise können wir ja sparen, ne? Und zwar machen wir einfach nur hier so. So. So kann man sparen, Leute. So kann man sparen. Auch mit Geld kannst du sparen. Indem du die Hälfte ausgibst. Höhöh. So. Die Fackeln brauche ich die auch noch. Wie war denn das? Ich brauche einen Ofen. Richtig. Hier können wir uns dann ja was Spezielles hinbauen. Da werde ich mir mal gucken, was ich mir hier hinbaue. Ja, ich weiß schon was. Ich mache einfach mal hier. So zu. Zack. Nächstes Lied bitte. Oder die töten wir noch zu Ende und dann... Also schon wieder 15.16. Ey, was labere ich denn hier überhaupt? Ja. So. So, 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 so. Eine kleine Butze bauen wir uns hier hin. Das darf nicht zu weit nach vorne gehen. Ich denke mal, so reicht. Das Bett passt ja auf jeden Fall rein. So. Ach, Mensch. Bin ich doch eins so weit draußen, oder was? Ne, geht doch. Gut. Ach, jetzt fängt sie auch noch an zu schneien. Ja, na toll. Ja, na sicher. Ja, na sichi. Ach, na super. Ich weiß gar nicht, was ich mit schnell Schnee will. Kann man daraus irgendwie... Oh Gott. Kenne ich ja gar nicht. So, dann machen wir hier auch nochmal hin, damit wenn ich hier nicht drüber fallen irgendwann. Weil ganz schön eng hier hinten ist. So, hier kommt dann so unsere Mauer hin, auf jeden Fall. So. Ja. Gut. Äh. Paranormal. Seht schon echt irgendwie geil aus, ne? Jetzt habe ich irgendwie... Ähm. Wenn ihr es kennt, wenn man die ganze Zeit auf eine Richtung startet, ist es irgendwie gerade jetzt so bei mir. La. Moment mal, vielleicht finde ich ja ein passendes Lied dazu. Entspanne dich. Lasse deine Seele baumeln. Denke gar nicht über den Stress nach. Denk einfach, du bist in deiner eigenen Welt. Und dir kann niemand was. Du bist alleine. Du schwebst. Als ob du gar nichts könntest. Nur fliegen. Dein Kopf ist frei von keinem Gedanken. Du denkst, I believe I can fly. Das heißt, ich glaube, ich kann fliegen. Und ich glaube auch, dass es jetzt eine Aufnahmepause gibt. Und ja, ich werde dich jetzt hypnotisieren, dass du in der nächsten Folge auch bei mir bist. Also, du, sag, ich, sag, ich, ich bin beim nächsten Part dabei. Und jetzt sag das zehnmal hintereinander und gucke hier drauf. Wenn du das geschafft hast, guckst du beim nächsten Mal beim Part zu. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.